Moin Moin ist das Motto hier auf hoher See. Ich bin nämlich im Moment mit meiner Familie auf Kreuzfahrt unterwegs, auf einer wirklich spannenden Baltikroute mit Zielen wie zum Beispiel St. Petersburg, Tallinn, Helsinki oder Stockholm. Und ich wache jeden Morgen mit dem schönsten Geräusch auf, das ich mir eigentlich nur vorstellen kann, nämlich dem Meeresrauschen. Und das höre ich besonders gut mit meinem Bidechse vor. Vielen Dank.